Und hiermit übergeben wir dann an den Herald, den ich jetzt leider gerade gar nicht so gut höre. Ah, okay, jetzt ist das Signal drin. Unser Vortragende ist ein Unternehmer, der mit sieben Jahren bereits gelernt hat, MS-DOS zu benutzen und zu diesem Zeitpunkt hat er dann auch gelernt, den Computer seines Vaters zu nutzen. Und wie ihr auch während des Vortrags merken werdet, nimmt er gerne Sachen auseinander und er möchte uns auch mit seinem Vortrag zeigen, wie man mit LLVM Intermediate Representation verfremden kann. Ein Runde Applaus für unseren Vortragenden. Applaus. Vielen Dank. Und ich bin etwas überrascht, dass tatsächlich Leute kommen für den Vortrag, weil die Arbeit eigentlich fünf Jahre früher gemacht wurde. Und es ist sehr warm hier und als Spanier fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl hier mit diesen Temperaturen. Und ich möchte über meine Masterarbeit sprechen. Und in dem Projekt ging es darum, Code zu verfremden. Und damals, und das war damals halt ein großes Thema, weil im Gegensatz zu heute kann man nicht mal mit LLVM Sprachen wie JavaScript transpeilen. Und das Ziel von meinem Projekt seiner Zeit war es, Angriffe auf gepatchte Software zu verhindern. Hier ist zunächst einmal, hier sind erstmal die rechtlichen Rahmenbedingungen, die mir ermöglichen, diesen Vortrag tatsächlich auch zu halten. Ich möchte euch ein wenig darüber erzählen, wie LLVM funktioniert, sodass ihr dann auch versteht, wie das alles funktioniert. Und ich möchte euch auch erklären, wie man das alles benutzen kann, wie man Angriffe verzögern kann oder auch verhindern kann. Und ich möchte auch eine komplette Demonstration des gesamten Projekts auf meinem Rechner zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Also LLVM ist ein Framework, also ein Rahmenwerk für Compilers. Und es kann Hochsprachen in Assembler übersetzen. Und das Coole ist, dass es sehr viele Werkzeuge und Programme gibt, die mit LLVM interagieren. Und LLVM hat eine Intermediate Representation, also eine Zwischensprache, die dann von allen Hochsprachen genutzt werden kann, um sozusagen eine gemeinsame Sprache auf der LLVM zu unterstützen. Und wenn man dann auch einen Verfremder schreibt, der auf der Intermediate Representation Ebene ansetzt, kann man den von jeder Programmiersprache, von jeder Hochsprache aus nutzen. Und wie man dann die Patches verteilt, wäre dann halt auch in dieser Intermediate Representation. Und es gibt verschiedene Frontends, also Programme, die halt Code in einer Sprache in die Intermediate Representation übersetzen können. Es gibt halt die LLVM-Frontends für C-ähnliche Sprachen, zum Beispiel implementiert von Klang. Und es gibt halt auch verschiedene Verfremdungstechniken. Zum Beispiel wurde von Cheng-Zi Wang eine Reihe von Techniken entwickelt. Und diese Techniken habe ich dann auch verwendet und weiterentwickelt. Und es gibt verschiedene Methoden. Das erste ist Control Flattening, also den Kontrollfluss durch das Programm abzuflachen und die Sprungpunkte zwischen den Blöcken umzusortieren und auch dynamisch zu berechnen. So, dass man halt nicht eine Gruppe von Ifs und Whiles hat, sondern dass man halt alle diese Code-Bestandteile in einem Bereich im finalen Produkt hat und dadurch halt auch weiß, wie die Sachen relativ zueinander angesorgt sind und entsprechend auch Sprünge direkt berechnen kann und sie nicht vorauskompiliert. Es gibt dann auch noch Konstantenverfremdung, sodass die Berechnung der Konstanten, sodass man die Konstanten erst während der Laufzeit berechnet und sie nicht vorher im Code direkt integriert. Und es gibt auch noch undurchsichtige Prädikate, also Kontrollbedingungen, die halt nicht nachvollziehbar sind und diese sind dann sehr komplex und sehr schwer nachzuvollziehen. Eine weitere Methode, die sehr alt ist, ist Registeraustausch, sodass man verfremdet, welche Register für eine Instruktion tatsächlich verwendet werden, indem man die Werte sehr viel erst mal getauscht werden, bis dann tatsächlich die richtigen Berechnungen durchgeführt werden. Und es gibt einige Tricks, die man damit machen kann und die dann, ja, es gibt dann auch noch Toten-Code einzusetzen, dass man einen Code einfügt, der nie läuft oder zumindest, wenn er läuft, kein Ergebnis produziert, das den Rest des Programms beeinflusst und dadurch dann die Leute, die den Code analysieren, halt verwehrt. Und dann gibt es natürlich noch die Umsortierung von Code, die auch zufällig erfolgen kann. Ein Augenblick. Okay. Okay. Entschuldigung. Hier ist gerade was durcheinander geraten. Wie ihr sehen könnt, wir können diese Verfremdung nutzen, um Patches zu schützen und wir können sie natürlich mit beliebigen Programmiersprachen benutzen, weil jetzt beispielsweise C, Haskell, Rust und Swift LLVM Intermediate Representation nutzen und natürlich auch noch viele andere Programmiersprachen existieren, die das nutzen. Und das Schöne ist halt, man kann halt sehr viele Architekturen und Sprachen verwenden mit dem LLVM-Framework. Man macht sich nur einmal die Arbeit und kann es dann halt für all diese Sachen wiederverwenden. Aber das macht es natürlich auch schwierig, Sachen zu verwenden, die sehr architektionsspezifisch sind, die in der Intermediate Representation nicht so gut abbildbar sind. Und um jetzt über Control Flattening, also die Abflachung von Kontrollstrukturen, von Flussstrukturen durch den Code umzusetzen, erstellt man Feenotes, die es ermöglichen, in LLVM Intermediate Representation Werte anzupassen während der Laufzeit und dann auch Berechnungen durchzuführen, die für die Obfuscation genutzt werden. Und so versucht man halt, die bedingte Sprünge im Programm zu eliminieren und durch unbedingte Sprünge im Programm zu ersetzen. Und das Entscheidende ist auch, dass eine Abhängigkeit zwischen den verschiedenen Blöcken besteht, sodass der Sprung vom aktuellen Block in den nächsten Block auch vom vorherigen Block abhängt. Und es gibt immer einen großen Knoten in dem Aufrufgraf, wo alles durchgeht. Und ihr werdet wahrscheinlich sehen, dass es dort dann keine bedingten Sprünge gibt. Oder man dreht es um. Man kann den Aufrufgraf berechnen und dadurch... Und dann kann man einen neuen Graph erzeugen, mit dem man dann halt die Sprünge durchführt. Und ich habe dafür jetzt noch keinen Code, weil das nicht Teil meiner Arbeit war, aber es ist etwas, was man theoretisch machen kann. Und ihr könnt auch bedingte Anweisungen plus einen Sprung mit dieser Technik erzeugen. Ich möchte jetzt eine Demonstration kurz machen. Okay, ich schaue hier gerade, Augenblick. Okay, hier sind die Testdateien. Hier könnt ihr es sehen. Moment, ich mache es ein bisschen größer. Okay. Hier könnt ihr den Unterschied zwischen einer Funktion sehen und der anderen. Auf der linken Seite habt ihr den verfremdeten Code. Auf der rechten Code habt ihr den reinen, unverfremdeten Code. Und ihr seht, viele Sprünge hier. Wenn wir jetzt fortsetzen... Ja, also eine andere Technik ist dann halt konstanten Verfremdung. Es ist relativ einfach zu verstehen, dass 3,1415 Pi ist, anstatt Pi dann tatsächlich zu berechnen. Und hier, also die Art, wie es funktioniert, ist, dass wir uns eine Konstante aussuchen oder auswählen. Und dann wählen wir uns eine Technik aus. Ich habe zwei Methoden implementiert. Indem ich beispielsweise ein Array habe, in dem all die Konstanten definiert sind. Und dann nutze ich einen Pointer, um auf diese Konstanten zuzugreifen. Und das macht es deutlich schwieriger, nachzuverfolgen, wie der Code funktioniert. Und die Möglichkeit, wie man das aufdecken kann, ist... Man sieht auch viele Speicherzugriffe mit konstanten Werten drin. Ein anderes Problem ist, dass ich echt nicht gewohnt bin, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Tut mir leid. Die Demo, die ich hier zeigen will... Ist die hier? Eine Sekunde, ich starte sie gerade. Hier seht ihr ein Beispiel für die Unterschiede zwischen den beiden. Wenn ihr hier an den Anfang geht, seht ihr, dass der lokale Code relativ einfach ist. Und den multipliziert mit einem unterschiedlichen Satz einen Konstanten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ihr auf die linke Seite schaut, dann seht ihr zum Beispiel, um den Wert 2 zu berechnen, machen wir im Prinzip ein XOR, um einen Wert zu kriegen, den wir dann multiplizieren mit der Konstante 1, was Multiplikation mit 2 ist. Ein super Weg, um einen Haufen unnützigen Codes zu erzeugen. Versteht. Aber die Performance wird natürlich leiden darunter. Deswegen muss man damit ein bisschen aufpassen, das kann man nicht zu sehr übertreiben. Okay, so, um weiterzumachen... Der nächste Teil, oder die nächste Methode ist... Die nächste Technik ist der Split, also das Aufteilen in Basisblöcken. Für die, die das nicht kennen, ein Basisblock ist ein Satz an Instruktionen, die keinerlei Sprünge zwischen haben. Also ein komplett linear durchlaufender Folge von Augenweisungen. Das heißt, der Control Flow fängt im Prinzip vom Block an und läuft dann bis zum Ende durch, ohne irgendwie rauszuspringen. Das ist nicht 100% richtig, weil in LL-BWM manche Sachen können auch Teil von so einem Block betrachtet werden. Aber was wir machen ist, wir teilen diese Basisblöcke in zwei Teile, um extra mit extra Verzweigungen einzuführen. Und das verträgt sich schlecht mit Control Flattening. Das heißt, wenn man so einen Basisblock mit 50 hat, dann teilt es das auf in zum Beispiel fünf Blöcke mit zehn Zeilen. Und das dauert halt sehr viel länger, um rauszufinden, was eigentlich wirklich passiert. Der Weg, wie man das rausfinden kann, ist, dass man eine Menge unkonditionale Sprünge zwischen verschiedenen Basisblöcken kriegt. Und die meisten davon sind nütz, unnütz. Es gibt wenig Gründe, unkonditionale Sprünge zwischen zwei Blöcken. Und der einfachste Weg, das zurückzubauen, ist im Prinzip einfach, die Blöcke wieder zu mergen. Das war jetzt auch nicht Teil meiner Arbeit, aber hoffentlich macht das jemand. Das ist nicht wirklich schwierig. Was man auch noch machen kann, ist, dass man alle die Blöcke verwürfelt, also in ihrer Reihenfolge zufällig anordnet. Das heißt, jeder Block ist im Prinzip unabhängig voneinander. Solange der erste Block derselbe ist, kann man alles andere durcheinander würfeln und es hat keinen Einfluss auf die Wirkungsweise. Das kann man natürlich erkennen, weil üblicherweise, wenn man Code mit einem Compiler bearbeitet, dann arbeitet er den Code im Prinzip von oben nach unten ab. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man Returns relativ früh im Code findet. Man erwartet normalerweise, dass das Return am Ende der Basisblöcke sitzt, beziehungsweise am Ende einer Funktion. Und dann, um das wieder umzukehren, muss man sie einfach nur wieder sortieren und in die originale Ordnung zurückzubringen, indem man die Sprünge einfach auflöst. Ich mache die Demos am Ende des Vortrags, damit es schneller geht. Run-Ins ist eine andere Technik, die versucht, die Nodes durcheinander zu würfeln. Die Idee ist, man nimmt eine Instruktion, die keinerlei Abhängigkeiten hat, die nennt man als zum Beispiel die erste oder die letzte. Und dann markiert man alle anderen Instruktionen, die keine weiteren Abhängigkeiten haben und ordnet die so an und immer so weiter, bis man alle aufgelöst hat. Das ist im Prinzip etwas, was Performance wehtut, weil man die Out-of-Order-Execution durcheinanderbringt. Es ist ein bisschen sehr schwieriger, das zu erkennen, weil der Compiler wird normalerweise den Code in einem Basisblock relativ direkt, ist relativ zufällig angeordnet. Aber man kann sehen, dass es entweder merkwürdige Optimierung ist oder sehr unoptimiert. Wenn ihr ein Code habt, der relativ weit weg sein sollte im Output und plötzlich sehr nah beieinander ist, dann könnte das ein Hinweis sein, dass ihr im Prinzip ein Rendon habt. Das kann man umkehren, indem man auch wieder die normale Ordnung versucht rauszulesen. Das wird immer noch nicht das Ganze wieder aufheben, weil es immer noch anders ist, als die, die das Original sein wird. Aber es wird trotzdem einfacher werden, den Code zu lesen. Und dann kann man natürlich auch die Funktionen zufällig anordnen. Das ist normal nicht so wirklich hilfreich, aber wenn man es schwerer zum Lesen machen will, dann ist es relativ gut, weil normal hat man eine relativ gute Ordnung, so wie in der Quellcode in der Art und Weise, wie der Autor sie runtergeschrieben hat. Also zum Beispiel die Hauptmethode am Anfang und dann alle, die sie aufruft und immer so weiter, sodass sie quasi hierarchisch aufgebaut sind. Und das hebt es hier auf. Und man kann dasselbe machen mit globalen Variablen. Die kann man auch alle zufällig anordnen. Normalerweise werden sie angeordnet in der Art und Weise, wie sie benutzt werden. Aber man kann die natürlich auch einfach wieder zufällig anordnen. Das kann man nicht wirklich einfach erkennen, aber man kann es zum Beispiel einfach alphabetisch machen. Und das ist dann ein bisschen einfacher zu lesen, um es wieder umzukehren. Das wird dann nicht ganz so das sein wie vorher, aber immer noch besser. Dann gibt es noch Swap Ops. Das ist das nächste an einem Register Swap, den wir vorhin besprochen haben, den wir praktisch umsetzen können. Die Idee ist, dass wenn man 1 plus 2 addieren kann, dann kann man auch zu 2 plus 1 addieren. Das heißt, wir markieren alle Operationen, die man den Operanten austauschen kann und entscheiden uns zufällig, ob wir die umkehren wollen oder nicht. Und das wieder umzukehren ist, man kann versuchen, die auch wieder umzudrehen und sehen, ob das dann ordentlich ist. Das heißt, man kann zuerst die Konstanten wählen als Operanten, dann bestimmte Register, die Register, zum Beispiel die Register, die an der Funktion am nächsten sind, auch als erstes kommen. Und das bedeutet aber auch, dass verschiedene Versionen vom Code werden nicht die gleichen Output haben nach der Randomisierung. Daran kann man das erkennen. So, jetzt sind wir bei diesem Teil des Codes, äh, bei des Talks. Da möchte ich mal die Transformationen zeigen, weil die sind für euch wahrscheinlich das Interessanteste. Ich habe hier, ich fange an mit dem Control-Flattening. Beziehungsweise, was ich euch jetzt zeigen will, ist die anderen. Genau, das Basic-Block-Splitting machen wir mal am Anfang und dann das zufällige Anordnen von den verschiedenen Funktionen, Operanten und was wir gesehen haben. Das heißt, wenn wir jetzt den Code hier aufmachen, das ist jetzt zum Beispiel der Funktionen-Split. Das heißt, hier war ein relativ geradliniger Code, den wir haben, keine Verzweigungen. Und jetzt wird es sehr viel schwieriger, dem zu folgen, weil man hier eine Verzweigung alle paar Instruktionen hat. Für sich selber ist das ziemlich nutzlos, weil das ist wirklich einfach wieder aufzulösen und es bringt keinen wirklichen Vorteil. Aber wenn man das Control-Flattening nachher anwendet und die ganzen... Das zwingt nämlich die Person, die das wieder deupuskieren will, also entschlüsseln will, zwingt es dazu, immer sich den Main-Note anzugucken, um das wieder aufzulösen. Und das ist natürlich dann sehr aufwendig und sehr schwierig. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist das zufällige Anordnung von... von Basic-Blocks, die man umtauscht in der Reihenfolge. So, das sehen wir jetzt hier. Also ihr könnt jetzt sehen, der Ablauf ist mehr oder weniger derselbe. Sie haben halt die Blöcke jetzt anders angeordnet, weil jetzt sind sie in der zufälligen Ordnung. Der rechte Code ist der originale. Seht ihr, dass der Kontrollfluss mehr oder minder linear ist. Und hier bei links muss man immer wieder mit dem einen Else gehen und zum anderen Else. Und dann... Das erste IF auf dem linken Teil ist die erste Hälfte. Ist in der ersten Hälfte auf der rechten Seite, ist jetzt am Ende bei der ersten Seite. Und auch andere Bereiche werden einfach rumsortiert, wie ihr hier seht. Das heißt, es springt kreuz und quer im Code hin und her beim Durchlauf dieser Passage. Es wird natürlich schwieriger, dem hier zu folgen, weil es wird sehr viel komplizierter, den Code wieder richtig anzuordnen. Auf eine ähnliche Weise, wenn man das Anweisungsumordnung verwendet, also das Instruction Reordering, hat man ein ähnliches Bild. Was ihr hier sehen könnt, ist, die Ausdrücke, die wir im Original hatten, auf der rechten Seite, haben eine total andere Anordnung als die, die man links sieht, der ein bisschen obfuscated wurde. Was wir jetzt hier sehen können, ist, der Code sieht deutlich anders aus, als der, der ursprünglich kompiliert wurde, was ja auch unser Ziel ist. Hier hat man einen anderen Obfuscation Key verwendet. Da sieht man, dass viele der Knoten wurden deutlich anders angeordnet. Und der Code, der gelb und grün und blau markiert ist, sind halt die korrespondierenden Teile. Das Ziel dieser Operation hier ist es, dass man dem Angreifer es sehr viel schwieriger macht, unseren Code zu analysieren, um zu verstehen, was der originale Control Flow war. Was ihr hier sehen könnt, ist ein drittes Beispiel, wie viel Unterschied das macht, wenn man den Key zwischendrin ändert und dann kommt ein ganz anderes Ergebnis bei rum. Jetzt kommen wir zum Swap Ops, also wenn man Funktionen und Globals austauscht in ihrer Reihenfolge. Das hat jetzt relativ wenige Stellen im Code, wo ich das eigentlich anwenden kann. So, hier. Hier könnt ihr sehen, wie man das vergleicht, wir verdrehen ein paar von den Operanten bei den Additionen und bei den Multiplikationen, weil beide kommutativ sind und deswegen kann ich die vertauschen. Eine weitere, die kommutativ ist, ist das XOR. Das heißt, wir können sehen, dass das Ergebnis ziemlich anders ist, wenn man die Keys verändert, die wir bei der Verschlüsselung verwenden. Also wie gesagt, wir verwenden dafür einen Zufallszahlengenerator. Hier sieht man, dass man eine andere Vertauschung kriegt, wenn man einfach andere Bits von dem Key hat. Und hier kann man sehen, wie es bei einem weiteren anderen aussieht. Jetzt sind nochmal andere Teile von dem Key vertauscht. Jedes Mal, wenn man einen Teil von dem Schlüssel, mit dem man verschlüsselt, ändert, wird halt jedes Mal ein anderer Output kommen und das macht es für den Angreifer, beziehungsweise den, der es reverse-engineeren will, sehr viel schwieriger. Und am letzten möchte ich noch die Demonstration zeigen für das Reordering von globalen Funktionen und anderen Globals. Also das hier ist der Original-Code. Ihr könnt ja sehen, wir haben einen Haufen Globals am Anfang der Funktion und die sind alle sortiert alphabetisch, weil das ist sowas im Original-Code. Und auf der rechten Seite könnt ihr sehen, dass sie zufällig angeordnet sind, so dass man eine komplett andere Ordnung kriegt. Jedes Mal, wenn man die Anwendung macht, hat man eine andere Ordnung, die man kriegt. Hier, das möchte ich euch jetzt zeigen, wie sich das jedes Mal ändert, wenn ich einen anderen Obfuscation-Key verwende. Hier könnt ihr sehen, eine komplett andere Anordnung von der gleichen Version des Codes. Und jetzt zeige ich noch das dritte. Hier, der Code wechselt halt relativ oft die Position, je nachdem, wie oft man es anwendet. Das ist mit welchem Key. Das war jetzt der erste Beispiel, oder die erste Hälfte von der Demonstration. Nachher möchte ich euch die noch alle zusammen zeigen. Yes, perfekt. So, perfekt. Jetzt will ich noch drüber reden, wieso ich das gemacht habe. Und der Angreifer muss herausfinden, was geändert wurde. Unter Annahme, dass das nicht schon öffentlich bekannt ist. Und zum Beispiel, wenn es halt nur ein kleiner Patch ist, dann ist es relativ einfach herauszufinden, was genau im Code geändert wurde und was dann auch die Sicherheitslücke ist. Und nun kommt der Teil, wo ihr lachen könnt, weil ich habe sehr viel Arbeit da reingesteckt und weil ein Compiler normalerweise immer den gleichen Code produzieren sollte. Aber bei meinem Projekt kommt es halt auch darauf an, zufällige Ergebnisse zu produzieren, sodass bei jedem Compiler-Durchlauf ein anderes Ergebnis rauskommt, das aber natürlich trotzdem immer noch das gleiche Verhalten hat. Und um halt diese Zufallsergebnisse zu erlangen, verwenden wir Pseudo-Zufallszahlen. Und damit das Ganze funktioniert, muss dieser Zufallsgenerator gute Eigenschaften hat. Und das bedeutet, dass... Also man muss halt auch immer schauen, was will man genau verfremden. Also die gesamte Codebase oder bestimmte Funktionen, wahrscheinlich eigentlich nur den Teil, den man halt tatsächlich für den Patch geändert hat. Und der Code kann umsortiert werden. Und es ist immer noch möglich, die eigentlichen Veränderungen zu finden. Also deswegen ist es halt echt wichtig, dass man die Verfremdung etwas schwerer, also etwas intensiver macht. Das Headset vom Speaker ist gerade runtergefallen. Also, ein anderes Problem ist, dass Patches in der Regel klein sind. Und das Ding ist natürlich, wenn wir jetzt etwas neu kompilieren, dann ändern wir halt das gesamte Programm. Und deswegen ist es sinnvoll, Verfremdungsschlüssel zu verwenden, so dass wir dann wirklich sehr spezifisch sagen, was genau soll verfremdet werden. Und wir verwenden dann immer die gleichen Transformationen für die Verfremdung. Das heißt, wenn wir den Code bereits gepatcht haben, kriegen wir halt den gleichen Compiler-Output jedes Mal. Und jetzt kommt die echte Demo. Und zwar haben wir ein Hallo-Welt-Beispiel. Und ich werde meine Konsole hier rüber verschieben. Jetzt könnt ihr das Gleiche sehen, was ich auf meinem Bildschirm sehe. Und einmal ein bisschen größer machen, damit es leichter zu lesen ist. Ja, und das ist... Der Prompt ist Spanisch, weil ich bin Spanier. Okay, hier haben wir die Dateien und den Code, den wir verfremden wollen, ist hier. Wie ihr sehen könnt, gibt es ein kleines Array. Und hier haben wir die Anfrage nach dem Namen. Und wenn der Name halt leer ist, dann gibt das Programm halt Welt aus, anstatt den Benutzernamen, der angegeben wurde, also der oder der nicht angegeben wurde. Wenn wir das jetzt kompilieren, kriegen wir das hier. Der erste Schritt produziert die LLVM-Repräsentation und die zweite Zeile sorgt dann dafür die Verfremdung. Okay, also es funktioniert immer so, wie es sein soll, wie es funktionieren soll. Und jetzt machen wir die Verfremdung. Diese Zeile versucht, alle Transformationen durchzuführen. Zunächst einmal wählen wir einen Modulschlüssel. Und dieser Schlüssel wird verwendet, um den Zufallsgenerator zu initialisieren. Und dann teilen wir das Ganze in einfache Blöcke auf. Und dann haben wir hier die Kontrollflussabflachungstransformation. Und wir verwenden hier einen kleinen Parameter, um exponentielles Wachstum zu verhindern. Und am Ende werden wir alles zusammen kompilieren. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert es momentan noch nicht ganz so, wie ich es vorgestellt habe. Und der Grund, warum es nicht funktioniert, ist, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Okay, wechselt zu einem anderen Mikrofon. Seht ihr, das passiert, wenn man die Demo wirklich sehr spät am Abend oder in der Nacht vorbereitet? Okay. Nein, leider nicht. Zum Glück habe ich den kompilierten Code hier. Also, rufen wir den direkt auf. Das ist die verfremdete Version des Codes. Und wie ihr sehen könnt, verhält es sich genauso wie das nicht verfremdete Programm. Wenn wir den gleichen Verfremdungsschlüssel verwenden, kriegen wir wieder exakt das gleiche Ergebnis. Also auch wenn wir Zufallswerte verwendet haben, durch den Modulschlüssel, haben wir am Ende das gleiche Endergebnis. Typing. Okay, immer noch weiter tippen. Man kann sehen, dass es einige Unterschiede gibt zwischen dem nicht verfremdeten und dem originalen und dem verfremdeten Code. Der neue Code ist deutlich länger. Und wenn wir den Verfremdungsschlüssel ändern, dann sehen wir, dass es sehr viele Veränderungen oder Unterschiede gibt. Und das ist eben, und das passiert, weil wir halt diesen Compiler verwenden. und ich denke, es ist jetzt besser, zu den Fragen zu gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich noch auf die Schnelle die Sachen hier zum Laufen kriege. Ganz vielen Dank und eine Runde Applaus, bitte. Ja, wir haben drei Minuten für Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, bitte geht zu den Mikrofonen. Und bitte nach Möglichkeit fragen und keine Kommentare. Was ist die zusätzliche Laufzeit nach der Verfremdung im Gegensatz zum nicht verfremdeten Programm? Es hängt sehr von den Parametern ab, die man wählt. Wenn man niedrige Werte verwendet für den BBS-Split, dann ist der zusätzliche Inhalt oder zusätzliche Laufzeit eher gering. Und ich habe einige Tests laufen lassen und ich habe nicht wirklich große Unterschiede festgestellt. Und etwas, was wichtig ist, dass die Intermediate Representation immer noch durch Optimierer auch wieder rücktransformiert werden kann, sodass einige Verfremdungen verloren gehen. Gibt es weitere Fragen? Sieht nicht so aus, als wenn es noch Fragen gibt. Aber Moment, da ist noch eine Frage. Oder? Okay, Frage bitte. Sorry, I don't know if I hear the answer for this one, but is this project open source? Ist das Projekt quell offen oder open source? Can you just take a look? Yes. No, actually I am a really evil person and I decided to make this project completely closed source. Nein, also etwas ironisch gesagt, ich bin eine böse Person und Oh, okay. Übersetzungsfehler, also nein, es ist wirklich nicht open source. Okay, Moment. Übersetzungsfehler ist Übersetzungsfehler. Also, ja, der Code ist open source und hier ist der Link zu dem Code. Da ist der Link zu meiner Masterarbeit und auch der Link zum Code. Ich habe derzeit eine etwas veraltete Version veröffentlicht, aber ich habe auch in der Zwischenzeit ein bisschen weitergearbeitet, auch im Hinblick auf diesen Vortrag, den ich heute halte. Aber der Code ist auf jeden Fall stabil und ihr könnt ihn ausprobieren. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte tatsächlich vergessen, das noch zu erwähnen. Vielen Dank. Noch einmal eine Runde Applaus, bitte. Kann ich nur eine Sache sagen? Ja, du kannst eine Sache sagen. Vielen Dank an alle, die gekommen sind und insbesondere an die Leute von Bornhack, weil ich eine wesentlich wehrere Version dieser Gespräche gab. Okay, ich möchte auch noch mal mich bedanken bei den Leuten von dem Bornhack-Camp, weil ich bereits eine vorherige, vorher dort einen Talk gegeben habe, der mir auch geholfen hat, mich auf diesen Talk. Ja, also. Ja, warm Applaus für die Translators. It's always very good. Okay, das ging jetzt ein bisschen. Eine確 orientalecke. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017